Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Hunger Games Ich nehme schnell mal das Kit Die Servers sind alle auf 1.5 geupdatet WTF, wieso habe ich keinen Skin? Ich weiß auch nicht Und ich habe auch vorhin mal gezockt Und ich war wieder bei so einem Schwammland gespawned Ich glaube die Maps sind ein bisschen doof geworden Lecker Hä? Wieso habe ich keinen Skin? Keiner hat einen Skin Ja ihr müsst nicht im Chat zuspammen Ja und ich habe mir gestern Mein Minecraft abgedatet damit ich mit Ähm Dingensen Mit Wie heißt der? Mit mcexpert.de zocker Der hat nämlich einen Livestream gemacht gestern Heute ist nämlich Samstag und er hat das am Freitag gemacht Und der hatte danach gesagt mit einem Livestream Äh die Servers sind geupdatet Leute Ihr braucht nicht mehr zurück Mache Updatet mal wieder Und danach hat er einen Server aufgemacht Weil es gebuggt hatte ein bisschen Bei den Servern Jetzt ist glaube ich der Bug aber weg Oder? Ja ich glaube schon Und Weil er nicht craften konnte Aber die Maps sind eigentlich voll scheiße geworden Irgendwie Ich pack es lieber dorthin Ah Da sind Bäume Endlich Vorhin als ich gespielt habe Hatte Habe Hatte ähm Gab es nur ein Schwammgebiet Schwamm äh Swarmplant Aber hier gibt es jetzt auch Holz und so weiter Ich glaube es ist nur passiert Bei mir passiert gerade Eben Vorhin So Na sehen Kann ich craften Und Yo Ganz normal Bis dann konnte ich nichts machen So Dann habe ich jetzt noch ein Schwert Eine Spitzhacke Ah Ich hast die Neuerung Beim Inventor Management Sonst ist die Version aber Ganz geil Also Trichter und so Also mit Inventor Management wäre aber gut Wenn man das ausmachen könnte Egal Trotzdem ist die Version ganz gut geworden Ein paar Bugwechsel werden aber noch kommen Nächster Woche Haben die gesagt Und ich gehe dann mal Was denn hier eigentlich Geil Und ich gehe dann mal So 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 Oh da ist jemand Das ist etwas Das Hier Das Die 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 Kann ich der Naja, ich bin ganz gut geworden, glaub ich. Oder Leute? Schreibt's bitte in die Kommentare. Ich werd schwabbelt ein bisschen rum. Ich seh nichts. Ich hab's aber auf hell. Ich mach mir mal kurz. Die Maps sind geil geworden, glaub ich. Die Maps sind geil geworden, das ist einfach. Also, ich war ein bisschen die Verkäufer und ich krieg' einen 1. Ich hab's mal gehört. Ich hab's auch schon wieder. Gott, ich hab's nur das Licht. Ich hab's nur das Licht. Aber ich hab's gewusst. Und ich hab's nur das Licht. Ich hab's auch mit ein paar Levels. Ich hab's nur ein Level. Okay, dann pack ich einen Ofen hier hin, pack da Eisen rein und zwei Kohle. Ich tu mal Wackeln hin. Hm, geiler Trick. Hab ich mal bei jemanden gesehen. Ich bin nämlich auch so ein, ähm, den ganzen Tag-Gucker von ihm. Egal, weil die Folge rauskommt, ich muss sie mir ja angucken. Ja! Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheiße Okay Leute, ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns bei der nächsten Runde Hunger Games